Christophs Auto braucht, wie die meisten, Benzin als Treibstoff. Da ist Tank da. So wie immer. Kann man auch einhaken, dann macht es das alleine. Und irgendwann macht es ... klack! So wie immer. Tankvoll. Aber diesmal hat Christoph sich gefragt, woher weiß der Tankrüssel, dass der Tank voll ist? Er hat sich erkundigt und erst einmal erfahren, dass es nicht Tankrüssel heißt, sondern Zapfpistole. Und man hat ihm ein Modell geschickt, eine aufgeschnittene Zapfpistole, wo man das sehen können soll. Okay, mal schauen. Das ist der Hebel, mit dem man das Benzin ans Laufen bringt und den man dann einhaken kann. Und wenn man an dem Faden oben zieht, dann kommt das klack. Der Faden ist nur an dem Modell, zum Ausprobieren. Eine Feder und ein rotes Gummi. Ist das das Geheimnis? Christoph hat probiert und probiert und probiert, aber er ist nicht wirklich dahinter gekommen. Also hat er noch mal beim Hersteller angerufen und erfahren, da ist nicht nur das große Rohr, aus dem das Benzin kommt, da ist auch noch ein kleineres, dünneres Rohr. Also ein dünnes Rohr im Rohr. Das ist das Geheimnis, hat man Christoph gesagt. Ein Ansaugrohr, sagen sie dazu. Christoph hat mal eine Zeichnung gemacht. Mit dem kleinen Rohr werden beim Tanken Gase abgesaugt. Diese Gase, die entstehen beim Tanken, wenn das Benzin verdunstet. Und die werden dann wieder ins Benzin reingemischt. Da oben. Angesaugt vom kleinen Rohr und reingeblasen. Und solange getankt wird, kein Problem, da funktioniert der Kreislauf. Aber wenn die Zapfpistole im Benzin hängt bei einem vollen Tank, dann kann das Ansaugrohr die Gase nicht mehr ansaugen. Dann ist es zu und klack. Wie bei einem Strohhalm. Saugen, aber wenn vorne dicht gemacht wird, klack. Christoph hat mal was gebaut und ist damit ins Labor gegangen. Er hat extra was vorbereitet. Eine Düse, die kommt an den Wasseranschluss. Und jetzt spritzt es schneller raus, weil es fürs Wasser enger wird. Ist ja klar. Dann ein Rohr, an dem das schnelle Wasser vorbeifließt. Noch einen Schlauch anschließen. Das ist jetzt wie bei dem kleinen Rohr in der Zapfpistole. Ob der auch was ansaugen kann? Klopp. Da kann man schon hören. Da wird die Luft angesaugt. Tatsache. Noch ein Versuch. Eine Dose mit einem Gummideckel an den Schlauch. Gut festschrauben. Soll ja dicht sein. Und Wasserhahn anstellen. Also mal ehrlich. Das mit dem Saugen funktioniert. Aber wie geht das jetzt in der Zapfpistole mit dem automatischen Dichtmachen? Christoph hat das mal so nachgebaut, wie es im Prinzip funktioniert. Der Schlauch wäre also das dünne Rohr. Und ein roter Gummideckel. Diesmal unten. In der Zapfpistole wäre das das rote Gummiteil. Eine Feder. Da drauf. Ein Stopfen mit einem Loch. Feder zusammendrücken und spannen. Und den Stopfen festhaken. Wie beim Einrasten der Zapfpistole. Der Auslöser ist bereit. Wasserlos fürs Ansaugen. Klack. Dann fließt nichts mehr. Wie in der Zapfpistole. Klack. Nochmal. Wie in der Zapfpistole. So wird die Feder gespannt. Kleines Rohr zu. Und klack. Dann macht die Zapfpistole dicht. Tanken fertig. Und Christoph weiß jetzt endlich auch, wofür das kleine Rohr im großen Rohr gut ist. Und warum es klack macht, wenn der Tank voll ist. Und warum es klack macht, wenn der Tank voll ist. Tschüss Christoph. Gute Fahrt. Was zur 술 machen. Kannst du mal man управte della Matte. Und wenn … Ah, hörtôi parachute.